ja hallo und herzlich willkommen meine lieben ich bin es euch mal 15p und wie ihr seht habe ich etwas neues gekauft nämlich eine western digital elements festplatte mit einem terabyte speicherplatz einfach mal so zu mitnehmen und die machen wir jetzt zusammen auf hat mich glaube ich ich weiß gar nicht ich glaube 60 euro gekostet war sozusagen schnäppchen mal gucken wie das hier aufgeht hier an der seite so ich erwarte jetzt nicht unbedingt irgendwelche ganz tollen verpackung gedönsel so das war es auch schon wir haben hier einmal klopapier da medion ag bla ein ganz normales ssd kabel wenn man das hier mal so sieht haben wir schon und bin ich verpackung ja eine kleine niedliche festplatte ja im prinzip hier das kann man mal daneben halten wie lange ist das überhaupt auch mal interessant zu wissen wie lang die kabel sind ja so ungefähr 30 zentimeter lang ging gerade eben gar nicht ins bild weil ich mit meinem iphone 7 plus aufnehmen und da die zweite also zoom kamera gerade eben benutze und das ganze auch noch im 4k filme das heißt ihr kriegt jetzt ein 4k unboxing von dieser festplatte von daher würde ich sagen tschüssi kowski und haut rein ich hoffe es hat euch gefallen und von daher würde ich sagen tschüssi kowski wo 안�acht wo 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017